Moin Moin, ich bin's, euer Flutti. Ich wünsche euch einen Happy Lockdown. Genießt die Lockdown-Zeit. Und für den Fall, dass ich bis zum Ende des Jahres keine Videos machen sollte, wünsche ich euch schon mal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.